Musik Wie geht es weiter mit der Wirtschaft im kommenden Herbst, Winter? Die Prognosen sind ja nicht wirklich gut. Dazu jetzt bei uns im Studio der Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung in Oberösterreich. Dr. Joachim Heindl, gut, danke fürs Kommen. Grüß Gott, Herr Mayer. Ja, reden wir über die Wirtschaft, die Bauwirtschaft, die Aufträge, kaum Aufträge in der Bauwirtschaft. Die Industrie zeichnet Prognosen, die doch düster sind in Richtung Rezession. Schaut nicht gut aus. Es schaut nicht gut aus. Die Wirtschaft kühlt jetzt breitflächig ab. Das ist aber jetzt auch keine Überraschung, weil es hatten ja die Zinserhöhungen den Sinn, die Wirtschaft abzubremsen und damit die Inflation in den Griff zu kriegen. Also was wir jetzt sehen, ist eigentlich lehrbuchartig. Die hohen Zinsen bremsen die Wirtschaft und sollten damit die Inflation in den Griff bekommen. So weit einmal so gut, weil wir müssen von den hohen Inflationsraten herunter. Natürlich führt das dazu, dass in manchen Branchen die Bremsspuren besonders lang geworden sind. Das ist meine nächste Frage. Es hat ja doch sehr große Gewinne gegeben in den letzten Jahren, gerade in der Bauwirtschaft, auch in der Industrie. Die Auftragsbücher waren voll. Es wurde gut gewirtschaftet. Ja, jetzt könnte man sagen, übertriebene Panikmache jetzt von den Unternehmen, die müssen doch so eine Zeit auch durchstehen können. Also keiner redet da hier von Panikmache, was die abflauende Wirtschaft betrifft. Wir erwarten keine konjunkturelle Großkrise, wie wir das hatten in Corona-Zeiten beispielsweise oder anfangs durch die Energiekrise. Das sind jetzt Effekte, die sind normal. Wirtschaft ist keine gerade Linie nach oben. Wirtschaft ist zyklisch. Jetzt sind wir im Zyklus am Weg nach unten. So weit, so normal ist das. Damit muss man umgehen. Wir sehen eher wesentlich größere Probleme, die jetzt auf uns zukommen im Bereich der Kosten. Österreich ist einfach eindeutig zu teuer geworden. Da reden wir auch gleich davon noch über die Kosten, aber vielleicht noch ganz kurz zurück. Ja, wenn es normal ist, ist es dann normal, dass einige Branchen jetzt schon nach staatlicher Hilfe fordern. Die Bauwirtschaft, die Ziegelwerke. Man redet schon wieder von Kurzarbeit, man will Entschädigung für Ausfälle haben. Also Branchen, die gut gewirtschaftet haben, gut verdient haben, wollen jetzt wieder Geld vom Staat. Ist das nicht auch übertrieben? Also das ist schon ein Balanceakt. Wir müssen in Österreich schon wieder so weit kommen, dass wir nicht ständig nach dem Staat rufen, dann ein Staat, der alle Probleme löst, ist nicht die Lösung für unseren Standort. Wesentlich mehr würden wir uns wünschen, dass eine Bundesregierung und ja auch eine Europäische Union wieder den Industriestandort Österreich-Europa attraktiver macht. Weil das kurbelt dann die Wirtschaft wieder an, dann wird hier investiert, dann läuft es auch wieder besser. Wir erwarten ja schon dann wieder auch einen Konjunkturaufflung in weiterer Folge. Und diese Phase jetzt muss man eben überbrücken. Wie kann ein Standort Europa attraktiv sein, wenn er jetzt gerade sogar einen Zeitpunkt nennt, dass ein Wirtschaftszweig, der diesen Standort so erfolgreich gemacht hat, einfach abgeschafft wird? Der Verbrennermotor zum Beispiel. Ja, also das, was Europa, insbesondere Deutschland macht mit seiner Fahrzeugindustrie, das kann man nur als völlig daneben bezeichnen. Keine andere Wirtschaftsregion der Welt würde das eigene Stärkefeld so in Zweifel ziehen, so unter Druck setzen. Bekanntermaßen ist die europäische Autoindustrie weltweit führend, technologisch führend. Der Staat soll die Rahmenbedingungen geben, die Technologie offen lassen, wie diese CO2-Neutralität sozusagen hingebracht werden kann. Das wollen wir alle. Und den Rest sollten die Firmen und die Forscher erledigen. Und das passiert leider in Europa viel zu wenig. Da haben wir ständig Verbot und Verzicht, währenddessen in anderen Regionen dieser Welt, Amerika, Asien, da die Technologieoffenheit betont wird. Ja, viele sagen schon, die Amerikaner und Chinesen, auch die Inder, die da jetzt sehr stark kommen, werden lächeln, wenn sie Richtung Europa blicken. Jetzt auf der internationalen Automobilmesse in München, die Hälfte aller Stände kommen aus Asien, 70 Stände, große Stände aus China. Die deutschen Automobilhersteller, die vorher diese Messen genutzt haben, um zu zeigen, wie stark sie sind, die haben kleine Stände, die Chinesen, große. Ganz genau so ist es. Ich glaube, es lachen sich alle über Europa tot, wie wir uns selber schädigen, wie wir uns selber schwächen. Das ist eindeutig der falsche Weg. Das sagen wir auch schon seit längerer Zeit so. Ich bin am Ende trotzdem zuversichtlich, dass große europäische Autohersteller diese Transformation erfolgreich bewältigen werden. Aber natürlich wird die Konkurrenz aus China immens. Ich denke zurück, vor ein paar Jahrzehnten hat man das mit Japan gehabt. Da ist die japanische Autoindustrie zum Großangriff angetreten. Das hat man positiv bewältigen können. Jetzt stehen wir wieder vor seiner weichen Stellung. Ist es die Politik? Ist es die Politik in Deutschland? Es sind ja auch Gesetze jetzt auf dem Weg, allein in Deutschland. Das sogenannte Wärmepumpengesetz, also ab 2024, wird es dann wahrscheinlich nur mehr Wärmepumpen geben beim Einbau. Stößt auf schwerste Probleme in Deutschland. Schwerste Verunsicherung bei den Menschen. Die Frau Gewissler, Gründin-Chefin Gewissler, will das auch für Österreich? Also es gibt ja renommierte internationale Medien, die bezeichnen die deutsche Energie- und Klimapolitik als die dümmste der Welt. Ich fürchte, das ist richtig. Also so wie es die Deutschen gemacht haben und wir dann doch auch im Windschatten, hat das enorm viel gekostet. Die Effekte waren aber nicht wirklich sehr positiv. Wir haben zum Beispiel die Solarindustrie verloren an China. Wir verlieren industrielle Wertschöpfung im Bereich der Erneuerbaren an andere Standorte und selber bewirken wir viel zu wenig hier. Das ist ein echter Kritikpunkt. So kann es nicht weitergehen. Die Naturwissenschaften und die Ökonomie kann man heute nicht aushebeln und nicht leugnen. Das geht nicht. Da ist die österreichische, zurück nach Österreich, die Bundesregierung gefragt. Nächstes Jahr sind Wahlen. Da könnte sich alles wieder neu mischen. Was derzeit Vorschläge sind, auch von Spitzenkandidaten wie Herr Babler von der SPÖ, im Kampf gegen die Teuerung, die Erbschaftssteuer und die Reichensteuer wieder einzusetzen. Ja, also die Vorschläge, die da kommen, zeigen aus unserer Sicht durchaus ausgeprägtes wirtschaftliches Unwissen, Inkompetenz, weil wie kann man, also wir verstehen ja auch nicht, wie man sich in eine Erbschaftssteuer so verbeißen kann. Was ist schlecht daran, wenn jemand seinen Kindern, seinen Enkeln was hinterlässt? Das geht dem Staat nichts an. Das ist ein reiner Neidkomplex. Und wenn man glaubt, man kann damit den Staat sanieren, das ist ein völliger Irrtum. Deswegen hat man ja damals die Erbschaftssteuer abgeschafft in Österreich, weil sie ja kaum Einnahmen geboten hat. Und die Superreichen sollte man nicht vertreiben, sondern sollte man im Land halten, weil sie die größten Investoren sind. Der Herr Matteschitz hat Milliarden investiert. Ich komme aus der Obersteiermark, was wäre die Obersteiermark ohne den Herrn Matteschitz heute? Also das sind, die Schweiz macht es viel schlauer. Die wissen genau, man braucht Investoren, man braucht reiche Leute, die investieren und Wertschöpfe und Arbeitsplätze schaffen. Und die zu vertreiben ist ein Schuss ins Knie. Aber da gibt es das Gegenargument der SPÖ, die dann sagt, das ist übertriebene Panikmache seitens der Industrie, dass dann alle das Land verlassen werden. Denn schließlich verlassen sich die Unternehmer, Zitat SPÖ-Chef Linden auch im Sommergespräch, auf die Qualität der Mitarbeiter in Österreich. Also sie werden das Land nicht verlassen. Ja, das kann man sich gerade in Norwegen ansehen. Also Norwegen hat ja gerade einen Versuch gemacht diesbezüglich. Und es sind sofort Milliarden Euro abgeflossen aus Norwegen, hauptsächlich in die Schweiz. Also das sollte man nicht unterschätzen. Und vor allem, das ist ja noch das wesentlich größere Problem als diese Steuerdiskussion, haben wir in Österreich ein Kostenproblem. Letzte Woche ein Rundruf unter über 20 Firmenchefs der größten Leitbetriebe Oberösterreichs gemacht. Die erste Antwort, die ich bekomme, Österreich ist zu teuer geworden. Wir sind mittlerweile der teuerste Standort im Konzern, teurer als Deutschland, teurer als die Niederlande, als Finnland und so weiter. Also wir haben ein Kostenproblem. Das hat sich jetzt über die 2010er Jahre Zug um Zug, Stufe für Stufe aufgebaut und ist jetzt durch die hohe Inflation, Österreich hat ja die höchste Inflation aller westeuropäischen Staaten, noch einmal beschleunigt. Also der Abstand ist immer größer geworden und jetzt stehen wir dort und wir sagen, wir fürchten uns, dass nächstes Jahr ein Jahr der Verlagerung wird, ein Jahr der Abwanderung wird. Wenn wir noch einmal so eine Kante draufkriegen, dann schießt sich Österreich aus dem internationalen Wettbewerb, aus dem Markt. Und was das in der Industrie bedeutet, ist klar, man ist ja auf der ganzen Welt zu Hause. Man gibt die Aufträge und die Investitionen dorthin, wo es besser ist. Also keine übertriebenen Panikmache, dass das kommen könnte, weil... Es läuft ja schon. Es läuft schon, weil die SPÖ aber auch Vorschläge hat. Ja, es wird spannend bei den Wahlen nächstes Jahr. Ja, wer mit wem, weil ein Kanzler näher, man schließt schon an Herrn Kickl aus, nicht die freiheitliche Partei. Aber wie ist es dann, wie steht es dann mit der SPÖ, eben wie gesagt, mit einer Reichensteuer, das wird die Wirtschaft nicht verordern und die Industrie. Auch eine 32-Stunden-Woche wird nicht wirklich Freude machen bei den Koalitionsverhandlungen. Genau. Die 32-Stunden-Woche wäre sowieso das Ende des Industriestandortes Österreich. Warum? Weil mit einem Schlag würden wir Arbeitskosten haben, die um 25 Prozent höher sind als jetzt. Und dazu kommt ja, wir haben ja gar nicht die Leute. Es gibt ja jetzt schon ausgeprägten Arbeitskräftemangel. Das heißt für jeden Bürger, für jede Bürgerin, der Arzt fehlt im Krankenhaus, die Pflegerin, der Lehrer in der Schulklasse, der Arbeiter in der Schicht, der Friseur, die Friseurin. All das können wir dann nicht mehr machen. Die Produkte und Dienstleistungen werden teurer, wenn es es dann überhaupt noch gibt, wenn dann jemand noch da ist, der sie herstellen kann. Also das ist ein Riesenthema. Und wie die Mehrheiten nächstes Jahr sich ergeben werden, da muss jetzt erst einmal der Wähler und die Wählerin antreten. Und das wird jedenfalls eine spannende Frage. Ja, was glauben denn Sie? Ist es vorbei mit der Grünbeteiligung in der Regierung? Wie könnten die Konstellationen sein? Wollen Sie was sagen dazu? Also ich glaube jedenfalls eines, dass eine kommende Bundesregierung Industriepolitik wieder großschreiben muss. Wir haben uns jetzt ständig um irgendwelche Nebenthemen gekümmert. Gender-Debatten, Normal-Debatten. Jetzt ist wieder Zeit für harte Fakten, klare Entscheidungen. Der Standard muss attraktiver werden, muss günstiger werden. Wir müssen wieder ein bisschen anpacken. Da brauchen wir auch gesellschaftlich so einen Turnaround. Und wir müssen wieder stolz auf Arbeiten sein und nicht stolz auf Nicht-Arbeiten. Weil mit weniger Arbeiten haben wir noch nie mehr Wohlstand geschaffen. Aber wie schwierig wird das dann, wenn die Teuerung anhält und die hält an? Und wenn es dann im Herbst zu den Lohnverhandlungen kommt? Die Metaller geben den Takt vor normalerweise. Und ja, man hört schon von den Gewerkschaftern, also es muss zweistellig sein, also 10 Prozent unbedingt. Wir erwarten die schwierigsten Lohnverhandlungen seit Jahrzehnten. Die Ausgangsbasis ist mehr als schlecht für beide Seiten. Also wir geben ja nie Kommentare ab oder Empfehlungen im Vorfeld, weil das machen sich die Sozialpartner schon miteinander aus. Aber ich glaube, dass heuer so viel Verantwortungsgefühl wie nie gefragt ist, weil, wie gesagt, der Prozess läuft bereits. Der Prozess der Verlagerung, der Abwanderung ist im Gange und wir hoffen nicht, dass sich der im nächsten Jahr massiv beschleunigen wird. Das heißt, die 10 Prozent sind nicht leistbar für die Industrie in Wirtschaft? Also noch einmal so ein Sockel drauf wäre, haut uns aus dem globalen Markt hinaus, sagen alle CEOs und wäre fatal für den Industriestandort Österreich. Eindl Grutsch, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. In Kürze geht es weiter mit den tagesaktuellen Nachrichten. Bleiben Sie bei uns. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen.